Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und weiter geht's mit dem zweiten Teil des Tutorials. Und wie ihr seht, anderer Asteroid. Im letzten Teil war ich wohl zu langsam. Diesmal habe ich auch Hydroponics und ein Hydroponic Plant gebaut, also für Essen und Wasser. Man sieht, das wird da gerade ausgebaut. Vier Solarzellen, drei Minen und ein Storage. Mal gucken, was das Handbuch dazu sagt. Ob das so okay ist. Weil jetzt sehe ich hier schon mal so eine Aufzählung. Also ganz, bin ich da wahrscheinlich noch drin. So, hier seht ihr schon, dass das die am längsten sozusagen gedauert haben. Die sind schon alle am Laufen. Oh, da gibt es sogar eine Info drüber. Ah, das ist die Colony Summary. Okay. Also Power. Okay. Produced. Also hier wird reichlich produziert. Das reicht. Und Surplus ist auch noch. Ich glaube, da müssen wir uns so schnell erstmal keine Sorgen mehr machen. Fürs Tutorial soll es wohl reichen. So. As an example clicking on one of the finished mines, there is no information video for the mine. It is just named on the bottom of the screen. Okay, die Minen, ja. Mein, ja. Okay, da. Okay, für manche Sachen, für die Storage Facilities gibt es dann Infos, ne? Dann noch Power All Billions Erfangen. Okay, dann mache ich jetzt mal das Fenster wieder auf. Weil nochmal den Fehler machen, da in ein Zeitproblem zu laufen, mache ich dann doch nicht. Click on the store. Das hatten wir gerade eben schon. And you are presented with a list of all the orbs being held in your stores at this time. For further details, see the entry in the stores on the building section. Okay, das machen wir dann später. We suggest that you know construct a few more buildings on your asteroid. And when they are built, click on them to see what information you can obtain. For now, simply exit any information windows and refer to the building section for more detail. Bit what you like, but we suggest the following. Okay, vier bis fünf Solar Generators. Da haben wir erstmal nur vier. Da bauen wir jetzt mal noch einen von. Den hier hinbauen? Kann ich. Ähm, ein Command Center. Okay, da weiß ich jetzt nicht, wofür das Gute ist. Da gucken wir mal. Da. The Nerf Center of the Colony Specialists. Staff Monitoring Enemies Activity and Control Your Fleets. Klingt wichtig. Das kommt dann auch gleich mal hier irgendwie hin. Äh, da. Oh, das ist ein Vierer. Okay, Command Center haben wir. Eine Weapon Factory. Vermutlich werden da Waffen gebaut. I security facilities for constructing all weapons and warheads. Yep. Brauchen wir auch. Eben. Ähm, dann noch ein Decontamination Filter. Es gibt echt viel, ne? Da. Special Energy Fields lessen the penetration of radiation into the colony buildings. Oh, ja, das klingt auch, äh, sehr wichtig. Kann ich den hier hinbauen? Ne, dann, ah, hm, okay. Manchmal sind Gebäude im Weg. Das ist dann ein bisschen ungünstig, ne? Naja. Ähm, ähm, Medical Center. Äh, was war das? Äh, das Command Center. Wahrscheinlich ist das nicht Gutes so zu bauen, weil die dann alle aufeinander hocken. Ich dachte, äh, ich, ich war so ein bisschen unter dem Gedanken, dass die irgendwie zusammen sein müssen. Verbunden sein müssen miteinander. Aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Zwei, drei Minen haben wir. Zwei, drei Deep Boar Mines. Also jetzt, hm, für besseren Gebrauch wäre wahrscheinlich so eine Übersicht besser, so eine Liste. Storage Facility hat man schon. Machen wir noch Sensor Array. Verdammt, ich dachte, ich hätte das ausgemacht. Discord, naja. Okay. Sensor Array, okay. Damit hätten wir das. Äh, äh. Okay. Seite 48. 58, 48. Äh, Linie 4, Wort 3. Also Zeile 4, Wort 3. Beginn. Okay. Okay, damit habe ich das Sensor Array gerade gebaut. Ja, da ist das Sensor Array. Das haben wir. Okay, dann kommen wir zum nächsten Teil. Tactical Mode. If you're having difficulty locating a flat piece of land to build on, aha, there are two ways around this. The first is to rotate the asteroid around to see... Ah, stimmt, das hatten wir ja letztes Mal schon, ne? Ja, wo ich dachte, das wäre weiterscrollen, aber das war es gar nicht. Ähm. Around, you can see behind existing buildings. To do this, bring up the main button panel, click on the middle button, middle left button, which takes, which will take you to the asteroid con... Also, dieser. Ah, ja. Richtig. Ja, doch. Hilft so ein bisschen, aber wir haben schon sehr kompakt gebaut, ne? Okay. Äh, a quicker way of doing this is to use left and right arrow key on the keyboard. Aha. Okay, arrow key. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ja Cursor, aber ist es nicht. Ah, da wollte ich gar nicht bauen. Was, habe ich noch ein Sensor Array? Nein, das machen wir wieder weg. Geht nicht. Ja, dann haben wir zwei Sensor Arrays. Ja, schade. Also der Shortkey funktioniert nicht, zumindest im Emulator. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran. Notice how the transporter in orbit rotates as well, since you are viewing the entire asteroid from another viewpoint. The other method to assist you is the tactical mode. Bring up the main button panel of the... Asteroid control button. Das ist dieser. ...just like above. Then the left button, a blue cube. Ah. Ah. Toggles on tactical mode on and off solid box with an indicates normal mode. Outlight box with a T indicates tactical mode. This button will not take effect until you exit the button... ...press the exit button. Ah, okay. Kann ich das mit dem Demolition hier vielleicht auch nochmal versuchen? Asteroid control. Ah, da können wir ja gleich nochmal gucken. Wer fließt und zugenäht, wahrscheinlich kann man das nur mit fertigen Gebäuden machen. Aber so sieht man schon... Ist es schon übersichtlich. Ja, sieht man eigentlich, dass wir ganz gut gebaut haben. Notice that when you exit the screen button, all the buildings and the trend has been disappeared... ...to be replaced by a colored, coded square. You can see every part of the asteroid and selecting a site to build upon is easy. You can also click on the buildings to obtain information as you can in normal mode. Ah ja. Ah, hier sehe ich das auch. Transport in 49 days und es sieht schon mal ganz gut aus. Was das hier ist, weiß ich jetzt auch erstmal nicht. Lassen wir. Okay. Light gray is flat land. Okay, da wo man bauen kann. Dark gray, terrain unsuitable for building. Okay, light blue sind buildings. Red sind landing pads. White, buildings protected by a screen generator. Green, asteroid virus deposits. Asteroid virus. Okay. Dark blue antivirus deposits. We will explain some of this later. A quicker way to change between normal mode and tactical mode is by pressing space on the keyboard. Ah, very good. Okay. Das hilft schon mal enorm. Ach, das war es auch schon. Tutorial conclusion. You should now have an understanding of the basics of the game. How to access the button panels, view your asteroid, access asteroid field screens, select and build building, manage your budgets and so on. The rest of the manual is also reference section, reference section and will explain the important features of the game in depth. We would recommend that you reach the reference section in order they appear as they have been structured in such a way as to be in chronological order. They appear in order that you are going to need them. Okay, das ist schon mal gut. Ich denke, das Tutorial hätten wir damit beendet. Genau, jetzt wird nochmal Colony Management und sowas beschrieben. Aber ich denke, das ist etwas, was wir Learning by Doing by Reading rausfinden. Das heißt, ich würde jetzt erstmal nochmal so ein bisschen rumklicken, ein bisschen rumprobieren, noch ein paar Minuten, mich dann wieder hinsetzen, für das nächste Mal ein bisschen lesen und dann so weiter. So kommen wir da auf jeden Fall rein. So, haben die jetzt hier das abtransportiert? Was war denn jetzt das Lager? Eigentlich, das konnte ich auch hier sehen, oder? Ja, Transport. Kann ich das hier irgendwie? Transport Location. Okay, was ist das? Orbital Space Dog. Oh. Sind das Waffen hier? Shield. Shield. Lass mal kennen. Ach, guck mal, die kann ich da hin. Ah. Das ist aber frickelig. Das ist aber, okay, da muss man schon... ausgewählt und dann hier draufklicken. Oh, die ist aber teuer. Oh, okay, das lassen wir. Was ist das Command Center? Hm, okay. Ich dachte... Schon wieder, was das wohl heißt? Haben die jetzt ihren Scheiß an Bord gebeam? Nein. Ach, das ist Price Per Unit. Sensor Array, Medical Center. Ah, doch, die haben das, glaube ich, mitgenommen. Oder? Hoffen wir es. Hoffen wir es. So, dann hier, ne? Ah, da steht es dann auch drunter. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Okay, dann gucken wir uns nochmal diesen Screen an, weil wir haben ja jetzt neun Asteroiden hier entdeckt. Kann ich da jetzt draufklicken und mir den angucken? Den habe ich jetzt scheinbar selektiert. Wenn ich jetzt hier rausgehe, da rein, ja, dann sehe ich den neuen. Okay, kann ich hier jetzt einfach irgendwas hinbauen? Wahrscheinlich nicht. Müsst ihr jetzt erstmal hier sowas gucken, ob ich sowas hier bauen kann. Oder nie, not yet established. Ne, da brauche ich also eine CPU, glaube ich. Ähm, ich vermute, ähm, hier, dann hier vielleicht. Position, Destination. Ähm, das vielleicht. Click on Target Asteroid. Deploy the fleet to enemy asteroid and attack. Ja, ist hier kein feindlicher. Gehen wir jetzt los? Oh, wir haben hier zu wenig Power. Gut, das ist hier was, was man ändern kann. So, hier draufklicken und jetzt hier. Dann bauen wir hier nochmal Solargeneratoren. Solarpanel. Solarpanel. Okay. Information. Wie sieht das denn mit dem Funding aus? Das ist das, was da schon für ausgegeben wurde, ne? Also 100.000 haben wir schon ausgegeben. Okay. Mhm, mhm, mhm. Gibt es hier noch eine Information? Vielleicht das Buy Satellite. Ne, das ist es nicht. Das Buy Satellite. Ich dachte vielleicht, hm. Hier konnte man kaufen, ne? Ja. Das sind neue Sachen, die ich kaufe. Wenn ich jetzt hier rausgehe, habe ich immer noch das Power-Problem, weil die noch nicht gebaut sind. Okay. Wo konnte ich denn gucken? Wie viel Power-Verbrauch ich hatte? War das hier? Ja. Ah ja, genau. Produktion 30, Usage 29. Mhm. Population 100, maximal 100. Dann baue ich doch noch ein bisschen was. Radiation, weil dafür haben wir ja echt genug. Viel Air, Food ist gut. Air haben wir nicht so viel. Water ist auch gut. Gibt es für Air? Wie produzieren wir Air? Solar Generator. Operator. Epoor. Okay, dann Tower. Huge quantities. Und das in Storage Tower, okay. Construction Yard. Landing Pad. Underground Chip Hangers, okay. In the Array. Amva. Amva auch. Standard Purpose Auto Tracking Defense Turret. Hydroponics. Das ist Proteine, Nutrition. Und das ist Water. Von 500 Employees. Du wirst 100. Ah. Okay, so ein Ding muss ich dann bauen. Okay. Dann können wir jetzt Häuser bauen. Still monitors Air, Food and Water Generation. And Store Surplus. Food is risen in a emergency situation. Das klingt jetzt auch nicht so doof. Brauchen wir auch noch. Gut, dass wir 200.000 da allokiert haben. Light Living Quarters. 50. Oh, da ist so ein Dicken. So. Wer bist du denn? Ähm. Kann ich da so drücken? Oh, Transport. Aha. Kann ich hier irgendwas hinkopieren? Finde ich, ne? Das ist unsere Flotte. Hiermit könnte man irgendwas machen. Board Transport. Hm. Okay, das ist immer noch nicht intuitiv. Aber. Multipart in a finish all loading. No. Ja, würde ich gerne. Ähm. Das mache ich nochmal wie? Ja. Ist das kein Button. Brauche ich da so ein Landing Pad für? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Ist egal. Auf jeden Fall sind wir diesmal nicht explodiert. Ich glaube, das ist der Hyperspace, wenn die loslegen. Was ist denn? Was sind denn das hier für Dinge? Ein Terminator. Die gehören zur Flotte. Sind das meine? Ich dachte, die kommen mit dem Orttransport. Aber sind das irgendwie nicht, ne? Bist du? Ein Combat Eagle. Okay, da müsste man sich jetzt wahrscheinlich ins Flottenmanagement hier mal reinfuchsen. 0,1. Okay, das ist nicht intuitiv. Tor, Hangar, Hangar, Hangar. Ne, das ist jetzt gar nicht intuitiv. Okay, aber ich vermute mal, das sind die Schiffe, die ich im Inventar habe. Das ist Teilen von der Flotte. Das ist Hinzufügen von der Flotte. Ich glaube, das hat auch nicht geklappt, die irgendwo hinzuschicken. So, da oben sind die Anzahl der Flotten. Acht Stück kann ich haben, okay. Das bringt mir erstmal nichts. Ich kann ja gerade nochmal gucken hier. Ne, die Flotte hat sich nicht bewegt. Okay, das funktioniert glaube ich so nicht. Ich dachte, das wäre jetzt auch vielleicht einfach so ein Ziehen. Aber, ne, ist es nicht. Lead Battleships, Transport Terminator, Destructor, Scout Ship, Combat Eagle, Assault Fighter. Da müssen wir uns dann im Handbuch mal angucken, was genau diese ganzen Klassen bedeuten. Was wir aber nochmal machen können, was mich interessiert ist. Was passiert denn, wenn wir hier einen, äh, was war das, Hangar bauen? Ne, ähm. Irgendwas zum Construction Yard. Das. Smaller Spaceships. Bauen wir das mal. Gucken wir mal, was dann passiert. Schade, dass man hier jetzt keine Übersicht hat. Ah, das war er. Er geht aus, ja. Okay, dann gucken wir hier nochmal, ähm. Da. Water. Ja. Habe ich so ein Ding nicht gebaut eben? Genau, habe ich gebaut. Ja. Ist nur noch nicht fertig. Brauche noch 22 Tage. Okay. Kann ich hier auch so draufklicken? Ne, das geht dann wirklich nur mit dem, äh, Zeiger, denkt sie. Kann ich, äh, genau. Da könnte ich jetzt nochmal gucken, kann ich das jetzt zerstören? Ja, das kann ich also erst, wenn es fertig ist. Exit to demolish. Exit to demolish. Jetzt klicke board. Okay. Das ist auch nicht intuitiv. Eigentlich ein bisschen andersrum, wie man es von der Logik her erwarten würde. Das ist mein Geld. Das ist mein Geld, okay. Ähm. Wo war denn das? Das müssen wir nicht mal anders machen. Storage Facility. Die wird immer voller, okay. Die nicht fertigen Gebäude, doch, die sehe ich auch da, ne? 6 Days. Okay. Weil ich würde jetzt nochmal gucken, in dieser Folge gucken wollen, ob man in dem Hangar noch irgendwas bauen kann. Ob das vielleicht ein bisschen eingänglicher ist. Warum das mit dem Fössertasten nicht geht, ne? Aber da stand ja auch nur Arrow Keys. Hm. Hm. Oh. Oh ja. Okay. Das ist der Assault Fighter. Länge 13 Meter. 10 Meter. Der ist noch kleiner. Zwei Hard Points. Der hat aber nur einen Hard Point. Okay. Das sind die Ores, die man benötigt. Build Time. 3FN Speed. Okay. Hm. Scout. Old Fighter. Combat Eagle Scout. Okay. Scout. Der hat nur einen Hard Point. Da, ne? Dann können wir so eine Rakete drücken. Und eine Napalm-Eule. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was habe ich denn hier alles für Disruptor? Iron Cannon? Okay. Da muss man wirklich dann ins Handbuch gucken. Weil so hat man ja keine Chance rauszufinden, was, wofür, wie gut ist. Bild. Ich will das immer per Drag & Drop, aber das funktioniert ja nicht. Das glaube ich reparieren dann, ne? Speichert er das? Nein. Okay. Kann ich so eins in Auftrag geben jetzt? Ah. Eins in Auftrag gegeben. Okay. Okay. So baue ich die dann. Okay. Dann muss ich mir jetzt noch über Flottenmanagement und so, muss ich mir das mal durchlesen. Aber ich denke, da kommen wir schon bei. Ich bin jedenfalls gespannt. Mir gefällt es bis jetzt ziemlich gut. Und ist ein interessantes Spiel, was relativ komplex erstmal daherkommt. Gut, das mit den Menüs und so, das muss man eben so ein bisschen verzeihen, denke ich, weil es damals halt noch keinen Standard gegeben hat, wie man das macht. Und die haben sich überlegt, so und so und so, verschachteln wir das. Finde ich, kann man dem Spiel jetzt nicht so übernehmen. Ich habe zumindest dem Tutorial oder dem Handbuch nach das Gefühl, dass sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie die Usability ist und wie man das vernünftig benutzen soll, wie es funktionieren soll. Das finde ich ziemlich interessant. Ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und gewogen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.